Eine Insel mit zwei Bergen. Knücheln. Hallo ihr Lieben, es gibt tolle Neuigkeiten. Ich habe mir Ende letzten Jahres das Musical Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer vom Theater Lichtermeer angesehen und war total begeistert. Tolle Schauspieler, gute Dialoge, wunderbare Musik, die zum Mitsingen anregt und ganz liebevolle Kostüme bzw. Puppen, die da auch teilweise auftauchen. Und nun zur tollen Neuigkeit. Ich werde für ein paar Shows mitspielen. Ja, und zwar als Lukas den Lokomotivführer. Ihr könnt mich an diesen Tagen in diesen Orten im Musical sehen. Habe sie natürlich auch unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Ich freue mich über jedes bekannte und auch unbekannte Gesicht. Wir sehen uns dann in Lummerland. Und wenn ihr mehr über die Hörspielserie Anomalia erfahren wollt, in der ich mitspreche, dann klickt hier drauf. Bis bald und Rock'n'Roll, euer Knichel. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020